Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Also mir geht's super. Eins von meinen Foxys hat sich gewünscht, dass ich Ludmila male. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Und zwar habe ich im Internet nachgeschaut, was sie dann so an hat und was für Frisuren sie hat. Und dann ist mir dieses Outfit und diese Frisur als erstes aufgefallen. Weil ich dann auch noch gedacht habe, dann kann ich auch gleich zeigen, wie es ganz einfach geht ein Leopardenmuster zu malen. Und zwar malt man einfach so kleine Würstchen und Pünktchen und so geschwungene Würstchen in schwarz. Aber das werdet ihr dann gleich auch sehen in dem Video. Und ja, was soll ich noch sagen? Achso, dann haben mich noch schon ein paar gefragt, ob ich Russisch kann. Und ja, ich kann Russisch. Und ich sage mal, привет, как у вас дела? Если ты тоже можешь говорить по-русски, тогда напиши мне в комментариях. Ja. Dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und stellt mir gerne Fragen. Ich beantworte euch sie gerne. Und für weitere Wünsche bin ich auch offen. Ich schreibe mir das alles immer auf. Und ja, ich hab euch lieb. Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018